so und da sind wir wieder beim let's play minecraft nun mit part 5 und wir sind immer noch auf dem weg nach hause ich glaube da hinten sehe ich schon unser zu hause da dort an wie ein schwebender blatt block war so einfach mal dass ich hier groß unbeschadet lang kommen sonst muss ich wurde übel ein bisschen rohes beef essen aber es wäre ganz schön wenn es auch ohne ginge was glaub ich nicht der fall ist ouch nein das ist nicht der fall so dann haben wir das auch gegessen dann haben wir halt nur okay acht ist ja eigentlich perfekt und da sind wir auch schon an unserem kleinen hügel es ist immer ganz schön wenn das haus erhöht liegt und nicht wie im letzten part mitten im letzte was sag ich letzten part letzte staffel mitten im dschungel das war nämlich alles ein bisschen blöd so da oben brutzeln war dann gerade mal das schweinefleisch drin damit wir ordentlich was zu mampfen haben so die pilze die können da auch rein das zuckerrohr wird gleich angebaut die seeds kommen da rein der kaktus kann rein das leder kann rein die wooden eggs die las ich jetzt einfach mal hier im inventar drin so eigentlich habe ich ja vor dass ich später das zuckerrohr so ein bisschen als verschönerung irgendwo nehme dass wir vielleicht so ein teich oben anlegen oder so oder ein wasserfall und ein wasserfall wäre auch gut ich hätte nämlich vielleicht noch die idee dass wir das hier den berg so ein bisschen ausbauen aber das werdet ihr später schon noch erfahren da habe ich noch ein paar gute sachen auflage und jetzt werden wir mal testen wir haben jetzt anderthalb wenn ich das jetzt nehmen haben wir zwei vier dann zahlt es vier und das müsste ja dann praktisch ja okay also schweinefleisch und rinderfleisch halt genauso viel also ist praktisch so machen wir hier oben schnell ein bisschen sand rein ist praktisch dass die kühe praktisch praktischer praktischer ist ja logisch meine aussprache ist ja sehr praktisch ne also was ich eigentlich damit sagen will kühe sind effektiver kurz und knackig und den baum hier nehmen wir jetzt auch mal mit damit wir hier später eine schöne freie sicht haben und damit wir hier jetzt ein bisschen holz kriegen was wir da jetzt abbauen können weil ich weiß ehrlich gesagt noch nicht es kann gut sein dass ich in der außen fassade noch ordentlich was umbauen werde weil mir irgendwas nicht gefällt oder sowas also stellt euch darauf ein dass wir ziemlich oft das haus umbauen werden können so jetzt nehmen wir gerade mal die holz 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 axt praktisch noch mit uns und ja damit ich auch mal wegkriegen ich brauche ja sowieso jetzt noch ein bisschen holz für den fürs haus oben ich weiß nicht genau ich denke ich werde es das erste mal ganz normal aus holz planken bauen und ein bisschen stein drin später wenn wir ordentlich kohle haben können wir ja eigentlich dann auch mit stone arbeiten aber ich denke das werden wir dann sehen und ich hoffe ich habe das irgendwie ein bisschen abgeschafft dass es nicht dauernd so blöd da diese chance lädt ich weiß gar nicht genau was ich da alles umgestellt habe ich habe jedenfalls tausende sachen ob die fein umgestellt an apfel 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 sehr gut ja und das hat hoffentlich auch ein bisschen wirkung gezeigt ja also moment wir in dieser richtung haben wir den dschungel da hinten haben wir moment da hinter war genau da ist das schnee biome da drüben ist die wüste und in die richtung haben wir noch schnee biome das zieht sich wohl dahinter hin hinter hin lang meine ich natürlich das heißt dieser platz hier ist eigentlich perfekt wir haben überall irgendwelche biomes drin also doch ja die map finde ich jetzt mal richtig gut so können wir gerade noch das zuckerrohr hier mitnehmen das noch mal hier anpflanzen sind wie ihr natürlich gemerkt habt denke ich ihr habt es gemerkt machen wir das jetzt nicht mehr nach nicht mehr nach zeit praktisch also nicht mehr nach tag und nacht sondern einfach wie die zeit so hinhaut so zwölf 13 minuten werden die partie zu werden damit sie nicht zu kurz sind auch nicht zu lang ich weiß gar nicht ob es möglich ist als nicht partner einfach so längere videos länger als 15 minuten hochzuladen wenn ihr das wisst dann könnt ihr es ja einfach mal in die kommentare schreiben und ansonsten ja ich denke so sehen ja eigentlich so zwölf bis 15 minuten werden so die standard parts werden vielleicht machen werden wir mal ein special oder so aber das sehen wir dann so dann machen wir das hier auch gerade mal weg haben wir nämlich den ganzen graben geholt und ja die form die gefällt mir so eigentlich schon mal ganz gut da können wir jetzt einfach mal anfangen und hier unten machen wir das wie machen wir das mache ich da ich glaube ich war jetzt einfach hier mal also wenn unser eingang da sein sollte na das nicht so toll also hier machen wir schon mal ein fenster rein denke ich so da haben wir wieder kein holz mehr machen wir uns gerade mal ein stack so haben wir das auch denke ich machen wir immer hier so ein paar ecken ran so da kommt wieder was soll denn das da kommt dann wieder eine ecke ran da haben wir ja eigentlich schon alle unsere ecken die können wir dann eigentlich schon hochziehen so ein bisschen ich denke ich mache das ganze jetzt erst mal zack drei ja drei blöcke hoch können wir da nämlich dann ein bisschen glas reinmachen da haben wir schon wieder zu wenig holz das geht ja ziemlich schnell weg der ganze sapsch und ja machen wir das noch gerade muss mal schauen ob ich da später hier noch ein bisschen noch ein paar ähm sachen wieder rausreißen und dann noch fenster reinmachen aber ich denke wir sollen es auch nichts übertreiben weil ich will ja auch noch platz haben wir wollen ja noch platz haben ich spreche da auch in der wir form weil wir zusammen denke ich spielen aber eigentlich bin ich es ja der spielt also falls euch irgendwas nicht wow falls euch irgendwas nicht passt schreibt es wie gesagt einfach in die kommentare habe ich schon gesagt ich weiß es nicht und falls ich irgendwie zu schnell spreche oder so könnt ihr das auch in die kommentare schreiben ja und dann denke ich werde ich das versuchen zu beheben ja den Zuckerrohr also das Zuckerrohr den Zuckerrohr natürlich nehmen wir jetzt auch mal wieder mit und dann geht es auch gleich hier wieder hoch was ist jetzt Mittag geht es gleich wieder hoch und wir machen hier mal das erste bisschen Glas hinein ein neuner Fenster ja doch das gefällt mir so eigentlich ganz gut dass es hier auch am Boden ist hier haben wir dann fünf haben wir wieder fünf da haben wir drei da haben wir drei da haben wir zwei das gefällt mir nicht ganz so gut deswegen werde ich das hier jetzt auch glaube ich mal zubauen dann machen wir da nämlich vielleicht dann die Treppe oder sowas hoch ja doch das ist doch so schon mal ganz ganz schön aber dann können wir hier das noch ein bisschen zu machen dann haben wir hier praktisch eine kleine Ecke hier haben wir dann eine Ecke da haben wir was zum rausschauen und hier können wir dann unser Türchen rein machen hier mit Blick nach draußen auf ungebetene Gäste falls das denn niemand kommen sollte so dann zimmere ich hier gerade noch das Glas rein das ist gerade alle dann machen wir natürlich den nächsten Stack den wir immer gleich dabei haben so hm mal überlegen lassen wir das so oder machen wir das machen wir das hier doch breiter ne ich glaube ich mache das hier doch ein bisschen ne ne mach ich nicht ich meine es erstmal die Gläser rein und ich denke dann sind wir auch schon wieder am Ende dieses einen Parts angekommen können wir gerade noch na das ist noch zu lang ja dann denke ich mache ich mir jetzt hier mal ein paar Sticks und leuchte hier schon mal ein bisschen aus damit wir später das nicht machen müssen wir können da noch eine hin da können wir eine hinpflanzen da hier ja ich denke das passt schon und ja dann haben wir hier hat praktisch unser kleines Häuschen schon angefangen und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten Part Ciao r Pardon und Ich bin